Musik Das Schwitzen hat wohl vorerst ein Ende. Die neue Woche startet mit milden Höchsttemperaturen von 20 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt trocken. Perfektes Wetter, um noch ein paar Äpfel und Pflaumen zu ernten. Musik Musik Die neue Woche startet mit deutlich milderen Temperaturen. Die Hitzewelle scheint vorerst ein Ende zu haben. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken im Tagesverlauf ab. Die Maximalwerte erreichen 20 Grad. Zur Nacht verziehen sich die Wolken und es gibt freien Ausblick auf die Sterne. Es kühlt bis auf 9 Grad ab. Am Dienstag und am Mittwoch hat die Sonne freies Spiel. Keine Wolke ist in Sicht und die Luft erwärmt sich auf maximal 22 beziehungsweise 24 Grad. Am frühen Donnerstagmorgen ziehen dann einige Regenwolken auf und es kann gebietsweise zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 18 Grad. Musik